Tag, und zwar erstmal so sieht das aus, wenn man jetzt hier auf neuer Benutzer drückt, diesem PC eine andere Person hinzufügen. Ich kenne die Anmeldeinformationen für diesen PC nicht. So, und wir sind jetzt hier in der Situation, dass an diesem Smartboard bereits in dem Konto Nutzer ganz viele private Daten von einer gewissen Person liegen. Das heißt, wir können einen Konto Nutzer nicht umbenennen, wir können es nur löschen. Deswegen legen wir jetzt einen weiteren Benutzer an für den Raum A207 zum Beispiel, nennen den einfach den Benutzer A207, der hat dann kein Passwort, und das Konto Nutzer kriegt jetzt ein Kennwort, das dann nur die Person kennt, die das nutzen darf. Und dann bitte untereinander ein bisschen abstimmen und Bescheid sagen, dass wenn neue Kollegen in dem Raum sind, nicht wundern, Nutzer hat ein Kennwort, da kommt keiner rein außer mir, das ist extra so, und das neue Konto A207 ist dann offen für Kollegen, die vertreten. So, wenn jetzt einer in A207 anfängt, Teams zu öffnen und sich einzuloggen, und da den passenden Haken vergisst rauszumachen, da steht dann nämlich, soll die Anmeldung übernommen werden oder soll überall in meiner Organisation eingeloggt bleiben, wenn man da einfach nur immer blind Ja drückt, dann übernimmt er wieder das gesamte Benutzerkonto und man ist überall eingeloggt. Und Minuten später sehen dann Kollegen die privaten OneDrive Fotos. Also, da muss man halt bitte aufpassen, nicht einfach so einloggen irgendwo, sondern das dann über ein eigenes Benutzerkonto erklären, wenn man da häufiger ist im Rahmen. Das ist leider so, Microsoft ist da ziemlich blöd. Ja, hier, Kontor erstellen, wir wollen auch kein Kontor erstellen? Nein, wir wollen einen Benutzer ohne Microsoft-Konto hinzufügen. Jetzt nochmal, Benutzername, was war das? A207. A207. So, und hier wollen wir jetzt auch gar kein Ten-Wort haben, denn das ist ja für die Leute, die hier Vertretungssumzeug machen. Weiter und fertig. So, falls ich jetzt noch ein Konto hier habe, das Administrator sein sollte, also Nutzer zum Beispiel ist Administrator, aber falls ich mir jetzt ein eigenes Konto anlege und sagen wir mal, dieser Benutzer hier wäre jetzt, sollte auch neue Nutzerkonten anlegen, dann muss ich hier auf Kontotyp ändern klicken und dann auf Standardbenutzer Administrator machen und dann auf OK klicken. Dann kann diese Person auch neue Benutzer anlegen. Denn sonst kann nur die Person, bei der hier Administrator steht, ein neues Konto anlegen. Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt. So, hier denken wir uns jetzt, also wir haben jetzt einen neuen Nutzer angelegt. Wir haben jetzt den weißen Benutzer angelegt. A207 ist aber jetzt der Benutzer, der quasi wo jeder rein kann. Und hier diesen Konto Nutzer, da werden wir jetzt ein Kennwort hinzufügen. Das ist ein Kennwort angelegt. Kennwort hinzufügen. Und dann kennt das nur noch die Person, die sich da einloggen kann. Das noch als Nachtrag zu dem ersten Video. Meine Fragen sind bitte im Chat. Tschüss.